so nach langer zeit hier wieder ein video endlich 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 ich fühle mich stark genug mich zu präsentieren und mir auch mein fortbewegungsmittel was ich hier die letzten monate genutzt habe zu präsentieren und zwar einen rollator jawohl herzlichen dank an die spenderin wenn sie etwas besser geht dann nutze ich auch hier solche stücke um meine spaziergänge zu machen und ich kann sagen es ist nicht lustig ich will sagen wie der weg hinter mir ein steiniger weg aber ich gehe ihn diagnose sie nennen es krebs so und ich bin der auffassung dass da viel bewegung hilft so eine psychische klärung und das richtige gewicht und ernährung ja also drei pfeiler ich danke den unterstützern den spendern vielleicht noch eins in diesem mit diesem hintergrund will ich sagen also es ist schon erschreckend wie will ich es ausdrücken wenn man im sogenannten ct dann sieht welche dinge der krebs dann an einem weggefressen hat ja welche dinge eben links im links rechts schema dann nicht mehr links rechts gleich parallel sind und zeitweise hatte ich das war glaube ich im november ja hatte ich gedacht es geht ganz zu ende da konnte ich nicht rechts nicht links liegen nicht auf dem rücken weil ich gar nicht mehr schlafen das war also na ja nicht lustig wir haben jetzt anfang februar 2024 und ich fühle mich stark genug dieses video zu machen ja jetzt aber rüber ins andere setting viele fragen wie geht es mir und deswegen jetzt hier noch mal ein video zu meinem gesundheitszustand ich fühle mich jetzt einigermaßen kräftig genug dass ich jetzt dazu ein video mache und eigentlich will ich das video hier in eigener sache vorausschicken und dann weitere videos zu machen so zu politischen dingen wieder ja da fühle ich mich jetzt stark genug wieder also wer sagt muss auch b sagen deswegen jetzt muss ich jetzt auch sagen wie es jetzt weitergegangen ist mit meinem gesundheitszustand und ja man hat für mich gebetet energie gesendet in zwei wöchentlichen energie kreisen und ich hatte auch wichtige gespräche und gleichwohl ich kann nicht nur von luft und liebe leben also den letzten expliziten spenden aufruf hatte im herbst letzten jahres ja danke für die spende an b.m. die weiß schon die person um was es da geht ich hatte eine klage vor dem verwaltungsgericht stuttgart gegen den landtag auf auskunft das hat auch etwas geld gekostet da habe ich mich aber zurückgehalten für solche dinge verwende ich das geld auch und das war so absurd ich hätte in die nächste instanz gehen müssen und da habe ich keinen anwalt gefunden ja der das machen wollte für vernünftige kosten auch also was weiß ich hunderte von euro fünf stunden satz das wollte ich niemandem zumuten gibt es auch leute die das machen und auch geld dafür bekommen wohl ich weiß es nicht aber das finde ich nicht also es ist dann absurd ja also ja das heißt absolut aber naja also ich habe ja viele dinge jetzt über telegramm gemacht ja telegramm der kanal wim for you also wim und dann die vier und dann den u auf telegramm da bin ich und so was für sich mein gesicht zeigen in die kamera das habe ich nicht gemacht seither und ich habe auch keine außen termine wahrgenommen aus gesundheitlichen gründen die bewegung ist ganz wichtig natürlich aber auch das habe ich völlig unterschätzt den die die das persönliche umfeld also dieses engste persönliche umfeld also gibt es einen der war da mal rumgelaufen mit zeittheorien hamer ich habe das immer belächelt habe gesagt mensch also das im griff also naja ich hatte dinge tatsächlich völlig übersehen ja im engsten umfeld was mich sehr 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 belastet hatte und ich will es mal so sagen das habe ich jetzt gemanagt geklärt und mehr will ich da öffentlich nichts sagen und dann gibt es das noch das thema ernährung wenn auch also der wurde ich angerufen ich hatte ein gespräch hatte viele gute gespräche eins war darüber wie man sich gesund ernährt und da kam ich drauf ich war etwas über 50 kilo an körpergewicht im august september war das ohne habe ich gedacht mensch wieso soll ich dann irgendwie da besonders auf ernährung achten wäre es nicht sinnvoll überhaupt mal an gewicht zuzunehmen ich habe einfach so weiter gegessen wie ich bisher gegessen hatte habe ich gedacht aber dann habe ich richtig richtig angefangen wieder zu essen an gewicht zuzunehmen das hat mir sehr sehr gut getan und dann eben in kombination mit diesen dingen die ich erklären musste die aber auch erstmal kraft gekostet haben sehr viel kraft ja also das ganze also hat ich habe einige nackenschläge durchlebt jetzt also insbesondere im november gab es da gab es da was aber wie gesagt das ist mein möchte ich jetzt nicht groß drüber sagen es ist so es geht nicht immer abwärts 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 sondern es geht auch aufwärts habe ich festgestellt und insofern haben die prognosen der ärzte nicht zugetroffen eigentlich einer der ärzte hat mich für bereits tot erklärt schon von vor einem jahr also schon seit einem jahr bin ich tot hat gesagt er will mich damit ermutigen die chemo zu machen ja ok also angstmacherei um eine behandlung durchzusetzen kenne ich von irgendwo her seit 2020 interessant ja aber ich habe die leute ganzen leute gesehen ich bin jetzt hier in der nähe von heidelberg das das zentrum überhaupt für krebsforschung ja und ich muss sagen wenn ich dann die leute sehe mit maske ja bei bei tumoren und metastasen in der lunge so also ich habe metastasen auch in der lunge überall und so weiter ja und da denke ich mir was soll der Was soll der Scheibenkleister, diese Sache, wenn man dann irgendwie eine Maske aufm kriegt, sowieso kaum nicht richtig Luft mit Metastasen in der Lunge. Aber das hat die Ärzte nicht interessiert. Insofern habe ich da die Dinge mit Skepsis genommen. Also diese Behandlung, ich bin von Anfang an quasi austherapiert quasi. Also wenn man das so sehen will. Und dann gab es auch Bestrahlung, das gab es auch, da gab es eine bestimmte Bestrahlung. Die gab es aber nur, eine bestimmte, die ich dann wollte, hätte ich gesagt, okay, die hätte ich jetzt genommen vielleicht, als es wirklich dreckig ging. Aber die gab es nur mit dreifacher Chemo, also nicht Behandlung, sondern richtig mehreren Sitzungen. Also drei Sets an Chemo, dann hätte ich dann, oder zwei, dann hätte ich dann diese eine Bestrahlung gekriegt. Ja, also das wollte ich dann auch nicht. Ja, also ich habe jetzt auch verschiedene Sachen natürlich, die mir geholfen haben. Anfangs hat mir geholfen, so eine Health App, wie es auf Neudeutsch heißt, eine Gesundheitsanwendung. Ja, ihr habt vorhin gesehen, dann gut, Rollator hatte ich verwendet, um so einen Einblick auch zu erhalten. Ja, ich habe, teilweise muss ich, muss ich auf dem Boden rumkrabbeln, weil ich gesundheitlich, es geht nicht anders. Ja, Lähmungserscheinungen und Taubheitsgefühle, ja, gibt es da. Und das Ganze hat mich natürlich zum Nachdenken gebracht. Das ist ganz allein meine Entscheidung natürlich. Ja, und das muss man erst mal, wie soll ich das sagen, soll ich durchsetzen sagen, wie sehr ich mich mit diesen politischen Themen beschäftigen sollte oder wollte. Aber das ist mein Leben, insofern mache ich das weiter und machte ich das weiter, soll ich das reduzieren? Nein, natürlich musste ich es reduzieren, aber auf Telegram habe ich eigentlich, jetzt ohne Videos zu machen, habe ich jetzt eigentlich so weitergemacht, aber eben ohne diese wirklich investigativen Videos, wirklich ein paar Sachen habe ich gemacht, wie Briefe schreiben und so und habe auch ein paar Sachen erreicht. Ein Video hatte ich zwischenzeitlich ja gemacht über dieses Geheimdossier vom Landtag, diese Absurditäten, die da stattfanden. Und da gibt es auch, wie gesagt, das kommt noch, das kommt noch, ich war wirklich zu schwach, aber da gibt es noch einen Knüller, also das verspreche ich euch. Also ich habe viel gelernt, ja, auch über Schmerzmittel, also das Palliativ-Team ist das Beste, das ich je hatte. Das ist mein erster tödlicher Krebs, ich weiß nicht, wie es beim zweiten tödlichen Krebs aussieht, keine Ahnung. Es läuft gerade ganz gut beim ersten tödlichen Krebs, ja. Also ich weiß jetzt, was Oxycodon ist, Fentanyl, Methadon, kenne ich mich jetzt super aus. Ich muss jetzt halt aufpassen, ja, also auch die Knochen und so weiter sind auch angegriffen. Also Vorsicht, gut, ich kann jetzt alles Mögliche, eben wie gesagt, die Art der Nahrungszufuhr, also was ich esse, ist ja das eine, aber auch diese Gesamtaufnahme, das fand ich dann noch viel wichtiger eigentlich. Und das war der Gamechanger, wie der Engländer sagen würde, mir fällt jetzt kein deutscher Begriff ein, ja. Also ich habe jetzt mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, Staudensellerie, also wer sich da auskennt, Aprikosenkerne, Brottrunk, Vitamin C, Infusion, Vitamin D, Milchvergorenes, Mistelspritze, Natron, Fußbad und Natronbad, ja. Und, 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 ja, also, ja. Und dann doch noch zum Schluss noch dieses, dieses Angst machen, ja, also das hatte ich so ein bisschen auch mit diesem, mit diesem, in die Chemo reintreiben die Leute. Und wenn man dann, was weiß ich, eine Vorsorgeuntersuchung hat, dann hat man dann, dann ist dir diese Kaskadenartig alles vorgegeben, ja, was man alles durchlaufen soll, ja. Ja, da kommt zuerst die Vorsorgeuntersuchung, heißt, oh, 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 alles ganz schlimm, ja. Und, ähm, ähm, äh, wer, äh, der eine, der eine oder andere weiß, wie das ist, einen Facharzttermin zu bekommen, da muss man erst mal teilweise ein halbes Jahr warten. Und, äh, das war das erste Mal in meinem Leben, dass mich Ärzte mal angerufen haben, ja, nachdem ich allerdings ein halbes Jahr auf diesen Facharzttermin gewartet habe, ja. Also, und, ähm, ja, also das ganze, ähm, das ganze System passiert schon auch darauf, dass einem Angst gemacht wird. Und wie gesagt, das kenne ich auch. Äh, mein Skript ist hiermit erstmal durch und, äh, ihr dürft gespannt sein auf tatsächlich inhaltliche Videos zum Thema Politik. Danke erstmal, bis dahin. Mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung.